Und wieder mal, es ist Freitag, der 13. Cam Crystal Day und es wird Limit Breaker. Okay, was spielt er? Den Schweinespalter, Mann. Das wird eine schnelle Runde. Haha, schnelle Runde und ich bin der mit dem Pulli um. Flitz. Ich bin die Punker Lady. Ich bin ganz im Osten. Ich bin bei Burrelane. Ich bin auch ganz im Osten. Ich bin wahrscheinlich eins über dir. Bist du über mir. Hauptsache, ich finde erstmal zwei Walkie Talkies. Was? Schlüssel? Ich hab die Autoschlüssel. Das ist nice. Und, wie viele gibt's? Zwei Autos. Direkt vor meiner Hütte ist der Karpelständer. Ich hab eine gerade gefunden. Ich guck mal Richtung Norden. Birchridge. Was hier so los ist. Okay, dann würde ich mal nach unten gucken. Nachdem ich aber vorhin hier schon einmal Tank übersehen hab, muss ich jetzt ein bisschen genauer aufpassen. Tee. Oh, 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 oh. Was? Tee? Sag sie mal, wenn sie ein- und aussteigt. Tee. Tee. Wie wieder? Wieder eine Walkie Talkie. So, ich bin jetzt gleich ganz im Norden. Ich glaub, da seh ich schon die kleine Antenne von Tomijarvissimu. Oh, oh. Er ist bei mir? Oh, yeah. Oh, hier ist Gas. Er entfernt sich. Oh, nee. Was mit Gas? Ich hab Gas gefunden. Ah. Also fehlt eigentlich nur noch die Batterie. Die könnte vielleicht... Da ist er. Gott, man juckt ihm alles. Er ist rechts unterhalb des Klohauses. Okay. Okay. Oh, Gott, hilf uns. Jason ist real. Bitte hilf uns. Oh, Gott, er hat uns töten. Oh, ist er bei mir? Oder? Nee. Er verfolgt die anderen. Ich mach ja mal schnell wieder das Licht an. Ach, der Tank ist aufgefüllt. So eine Kacke. Wir brauchen die Batterie. Ich renne mal ganz rüber in den Westen. Oh, da ist die Fuse. Da war die Fuse. Nenn sie weg. Okay, ich renne rüber in den Westen und tanke dort mal. Beziehungsweise bring's mal dahin. Tanken ist... Ist mit ihm ja eh nix. Ist es ein Siem? Oh. Er ist hier bei Camping Book die ganze Zeit. Hm, ich glaub, die waren alle schon im Westen. Ich weiß gar nicht, was gemacht wurde. Okay. In einen Tank eingefüllt. Beim Zweisitzer, also in Norden. Oh, hier liegt so viel Zeug rum. Ich bin bestimmt schon an drei Highsprays dann vorbeigelaufen. Weil ich nix mehr nehmen kann. Ja, soll ich dann mal in den Westen rüberkommen? Na ja, wenn ich jetzt hier nix finde. Wir brauchen halt die Batterie. Er hat halt nix präpariert. Ich kann schon mal tanken. Das krieg ich doch hin hier. L. 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 Ich guck hier nochmal rein. Wieso ist er hier noch rum? Ist da. Okay, getankt ist. So, vielleicht hat hier irgendjemand die Batterie übersehen. Leider nicht. Tja, wir brauchen nur noch eine Batterie. Ja, einer. Die muss irgendwo bei euch. Zwei Batterien müssen da liegen. Ja, also. Hier ist jetzt keine. Fuck, er ist halt hier schon wieder. Was heißt denn hier? Mach, er macht sich hier den Strom aus. Ich komme gerade zum Scheißhaus rüber. Ja, mach's nicht. Da ist er. Ja, er will bei mir rein. Ja, ich komme jetzt. Können Sie meine reinhauen? Oh. Flitz, Gisela. Ich bin jetzt im Scheißhaus. Er fliegt. Keine Ahnung, Wes. Bin am Scheißhaus. Er ist außerhalb des Hauses, kommt jetzt rum zum Eingang. Er fliegt. Sehr gut. Ach du, ja, man kann sich auf und dann reinwählen. Ist er da drin, ne? Keine Ahnung. War er. Der macht ein Bett kaputt. Ja. Aber da drin hast du nicht geguckt. Aber da drin war noch keiner. Okay. Dann wird's das drin sein. Dann mach doch mal dein Licht aus. Ich hab's nicht an. Du hast es an. Ja. Ich hab's schon ausgemacht. Wenn er aufmacht, dann gibt's einer. Warum hast du nur so eine Latte? Ja, weil es da drüben nichts anderes gehabt. Warum hast du eine Latte? Was macht er denn da drin? Er hat mich. Er hat mich. So, rein da. Ich bin jetzt meine Waffe. Komm rein. Oh, hier kommt ein Gefühl. Hier kommt ein Gefühl. Oh, ich hab ein Gefühl ausgesehen aufgemacht. Ja. War da eine Batterie irgendwo? Keine Ahnung. Muss ich dich heilen? Ja, geil. Ich muss irgendwo anders hin. Ja, ich auch. Ich muss nach da oben. Da ist gleich ein größeres Haus. Komm mal. Oh, oh. Musik wird leise. Renn, renn, renn. Mach hin, mach hin. Ich bin schon ein Blinkstack. Okay. Hey, jetzt sind wir doch wieder in dem Haus, wo wir anfangs waren. Hier muss doch irgendwo eine Batterie sein. Hier auf jeden Fall am Anfang. Niemand hat das scheiß Telefon. Ja, kommt schon wieder. Jetzt gibt's nicht irgendwer. Man muss hier eine Batterie haben. Hier vorne ist nix. Vielleicht im Norden. Ja, da war ich aber schon. Ja, das heißt ja nix. Hier ist nix. Ich find nix. Ich geh weiter in den Norden. Die anderen müssen jetzt meiner Zeit was machen. Ja, machen sie aber nicht. Siehst du ja. Scheiße, er fliegt. Gut. Halt daneben gekrapscht. Soll ich auf dich warten? Wo bist du? Aber du gehst ins Haus? Jo. Ich geh in ein Haus weiter. Vorne das Fenster ist dann offen. Ich komm auch. Bevor mein Hütchen kaputt macht. Oh, Tommy kommt und ballert ihm einen rein. Boah, die anderen suchen glaube ich auch. Die finden auch nix. Hier ist sie. Oh yeah, okay. Soll ich ihn ablenken und du rennst rüber in den Westen? Ganz rüber in den Westen? Ja, ja, da ist der Viersitzer. Boah, in den Westen. Oder wir nehmen einfach nur den Norden. Den Zweisitzer. Das ist mir auch egal. Er ist ja irgendwie gerade weg. Nimmst du, nimmst du, du hast den bei Sie gut. Ja, dann komm. Also wie gesagt, im Westen, da war zumindest keine Falle davor. Er ist am Lagerfeuer. Wenn der sieht, dass wir die Batterie haben, ne? Ja, dann sind wir am Arsch. Der kommt sowieso wieder her. Ja, hier ist doch scheiße. Ich weiß nicht, hat er da vorne aufgeschossen? Irgendwo schlägt er gerade. Okay, haben wir hier noch irgendeine Knarre? Das wäre ja ganz gut. Das wäre eigentlich ganz gut, wenn ich in einem reinbamse und du bewegst dich und rennst. Das heißt, wenn er jetzt irgendwo die Fenster kaputt macht... Irgendjemand macht gerade was am Auto. Oder? Und dann reingewamst. Geht hier raus und rennt zum Auto. Ja, ich renne mit. Ich habe ein Messer, falls er mich von hinten schnappt. Daneben. Er hat mich. Er hat mich. Ich bin tot. Wo ist die Batterie? Ja, verbitt dich schnell. Ich kann die Batterie nicht nehmen, er steht genau drauf. Ich dachte, er wäre hinter mir her. Du sagst auch daneben. Ja. Okay. Ey, die anderen kriegen aber auch nichts gedacht. Ja, die anderen. Boah, sehr gut, Blondie McBlondenberg. Wird auch gerade stolpern. Weh, du nimmst mir das Ding her weg. Kannst du gleich vergessen. Oh, da ist die Fuse. Alter, wie viel Zeug liegt dir bitte rum? Jetzt ist er dem Dicken auf der Spur. Digger hat eben einer reingewamst. Das ist jetzt meine Chance. Oh, der Dicke ist aber bei dir. Ja, das ist das Problem. Das ist aber meine einzige Chance, jetzt nochmal in den Westen zu kommen. Alter, du Fettsack, verpiss dich. Er will bestimmt mit dir fliehen. Dann muss er dich aber auch verteidigen. Macht aber nicht. Er ist hinter dem Dicken her. Ja. Du krabst die ganze Zeit an ihm vorbei. Boah Gott, Blondie McBlondenberg hat gerade so überhaupt keinen Bock mehr auf Ausdauer. Durch die Nase ein. Ich generiere lieber, während er hinter dem Steg hier. Oh, die Musik wird aber leiser. Beim Lockenkopf. Ja, bei mir auch. Ich glaube, die machen in Norden was im Auto. Oh, er hat ihn. Aber der Dicke hat ein Messer. Oh Gott, ey, ich glaube nicht, dass ich dann kommen kann. Keine Falle. Ist schon mal gut bei dir? Ja, aber das dauert ewig hier. Ja, okay, fokussiert. R. Schaffst du. Scheiße. Er ist hinter dem anderen noch her. Ja. Musik ist zumindest noch da. Ey. Ach Mist, ich habe wirklich weggetrückt. Ah, jetzt war er bei Tommy. Oh, jetzt ist er weg. Doch, er ist bei Tommy. Beim anderen Auto. Tommy hat ihn angeschossen. Oh, Kacke, kann ich hier nicht durch irgendwie? Könnte ich doch irgendwie abkürzen, ne? Wartet nicht so, wenn ich das hier noch irgendwie... Das kann sein, ich weiß nicht. Er ist bei niemandem Grad. Komm, Diggi. Kommt der Dicke, der gerade am Lagerfeuer Richtung Süden unterwegs ist? Ne, der Dicke geht ins Haus. Tommy macht Ausdauer. Und der da links? Jetzt ist er bei dir. Als Dortmann. Jo, erst mal weit entfernt. Könntest du es noch mal kurz anhalten? Aber der andere kommt aber auch nicht. Er kam nicht. Da hau ich ab, das ist mir zu heiß. Der hat hier alle durchgeschnetzelt. Er bin ich der Einzige, der entkommt. Der andere kam nicht, ey. Der war ein Bonnfeier. Mein Lagerfeuer weiter entfernt. Und kam kein Zentimeter auf mich zu. Das war Tommy. Tommy war die ganze Zeit neben mir. Ja. Er hat Ausdauer regeneriert. Er saß da. Ja, aber doch nicht, wenn ich mit dem Auto zwei Meter weiter parke. Help! Oh Gott! Oh, oh, Tommy. Ich glaube, das ist dein Ende. Das ist jetzt der letzte finale Schlag. Oh, er hat auch einen Schlüssel. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also dafür, dass er hinter dem Dicken die ganze Zeit her ist, hält er sich hier relativ wacker in der Mitte. Der Dicke, ja. Er hat auch ein Messer, muss man sagen. Und hat ihn gut geschlagen auch. Er hat bestimmt ein Messer. Nö. Ja. Er hätte mich erwischt, hätte ich da noch länger jetzt abgewartet. Hast du dich mal verdrückt, oder? Ja, zweimal. Kommt drauf. Ah, nee, er kam erst zum falschen Auto. Da hatte ich Glück. Da hatte ich Glück. Aber ich habe auch das Auto alleine fertig gemacht. Ich habe alles vom Osten in den Westen getragen. Aber ich muss sagen, der kann gar nicht so schlecht einen bauen. Ich glaube, Vanessa ist noch schlechter. Hm, Baxi ist am schlechtesten. Ui, das hat viel gegeben. Level 112 und ich habe schon wieder fast ein Viertel voll. Schöne Runde, mal wieder. Für dich. Für dich. Für dich. Ferdinand.